Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Witzig. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Los! Da warst du etwas nah dran. Miss! Da! Da! Grenade! Ah! Okay. Okay. Vorsicht! Okay. Uh! 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 Vorsicht! Ich habe ihn! Ja! Ja! Stay not long. Alles klar bei euch? Ja. 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 Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Kern. Los geht's. Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Gern geschehen. Das war's. Oh, Mist. Runter! Unter uns sind auch Wächter! Erschießen sie! Der ist runter! Und da unten sind auch Wächter! Erschießen sie! Oh 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 Vorsicht vor denen mit den Schneidern Wo kommen die denn alle her Oh 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 Okay alles klar Oh Der Stein muss hier irgendwo sein Versuchen wir es oben Okay Na los beeilen wir uns Okay Wir sind fast da Da ist er Der Chintamani Stein Wir sind tatsächlich die Ersten So wunderschön Ja Unbeschreiblich Los zerstören wir ihn und hauen schnell ab Warte Irgendwas stimmt nicht Was meinst du Marco Polo lag falsch Das ist kein Saphir das ist Bernstein Bernstein Ja weißt du Versteinetes Harz Es ist Baumharz Warte mal Was ist denn Das darf doch wohl nicht wahr sein Hallo Nate Ich hasse es wenn er das macht Wem sagst du das Wie konnte ich das übersehen Was übersehen Es ist kein richtiger Stein Es ist das Harz Das Harz vom Baum des Lebens Okay warte ich komm nicht mit Dieser Baum Nein Der Baum Da ist er Da ist er Warten und das rausfinden Bravo Sherlock Gut gemacht Flynn Verdammt Oh Harry Was los Was los Kumpel Und du bist nicht die Heldin Die den Bösewicht bekehrt Und alle rettet So läuft das nun mal nicht Baby Flynn hör mir zu Abschiedsgeschenk von Scheiße Elena Okay Dir geht's gleich besser Los wir bringen dich hier raus Haltet Blazarewitsch auf Geht jetzt Vergiss es Na los Scheiße Scheiße Okay ich hab sie Gib uns Deckung Okay Da dann Lava Riewitsch Scheiße Ich mach den Weg frei Ich schrefe Attabt Na los, nicht spät bleiben! Okay, komm jetzt. Na los. Du schaffst das. Wir kriegen Besuch. Weg! Weg! Du schaffst das. Ja, genau so. Elena, alles klar? Vorsichtig. Du schaffst das. Ein großer Schritt. Okay, jetzt ducken. Hier durch. Ja, genau so. Chloe? Danke. Okay. Ich glaub, das war der letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähl auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nathan, nein. Hör mal, ich... ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wagt dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazariewicz und seine Armee wirklich verwandeln kann. Du es bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Was ist der Teufel? Mach ich. Untertitelung des ZDF, 2020